Die Gymnasiumshalle und davor sind Parkplätze ausreichend. So, die Herren C-Klasse, wie viele Gruppen haben wir bei der Herren C-Klasse? Sechs. Sechs Gruppen. Ich werde jetzt gleich anschließend die ersten Paarungen aufrufen. Einfach noch Hinweis, im Vorraum ist was für den Monat getan und für den Kurs getan. Das ist ein Tischtennenshop, wo man sich eindenken kann.